So, hier noch ein bisschen Loot. Ach guck mal, das ist schon wieder was, wo ich dieses eine Tool für brauche, ne? Da hinten hin. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Und nachfassen. Jawohl. Okay. Das war eigentlich unser, äh, eigentliches Ziel jetzt hier. Wohin hat uns Jacob geschickt? Schon wieder komplett vergessen. Die Akropolis. Ein Huhn! Jacob, it's a mess up here. There's no sign of your people. Sophia might have taken them into the catacombs beneath the tower. Yep. But I've lost contact with her. Alright, I'll look for her there. We're almost done evacuating the wounded here. Ingemein. I'll join you soon. So. Wo muss ich denn hin hier? Ah, da. Hm. Wollen wir mal wieder schauen, ob ich hier nichts übersehe. Alright. Geht's da hinten eigentlich hier noch weiter oder ist das nur Deko? Das ist ein Fledermaus? Ne. Komischer Vogel. Okay, ich höre Schreie in der Entfernung. Da scheint ein Fight noch im vollen Gange zu sein. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Hm. Alles brennt noch da unten. Es fallen Schüsse. Okay, ich sehe, aber ich denke, wir können gut, ne? Oh, Gott, nein. The creatures of this valley were unfamiliar to us. Once. But now they are our brothers and sisters, as much as any relative of blood. You can learn much about the creatures of our valley from the hunters, but they find worth in death. We must also find the gifts our brothers give while they are still alive. In the nests of birds, you'll find feathers for the Fletchers to craft arrows. We must ask for what you need, and the valley will provide. Break-Action shotgun piece. In this direction viel Lärm. Das interessiert mich jetzt hier nicht. Das ist ein Reliquärum. Das ist ein Reliquärum. Wir müssen sich nur die Räumen zu einsetzen. Das ist ein Reliquärum. Das ist ein Reliquärum. Es ist leer. Bei Militien. Also von den Spezialpfeilen. Das ist noch die drei hier. Ne, da hinten steht noch eine. Oh, drei noch. Okay. Ich würde den gerne hier an mich handlocken können. Okay. Ähm. Okay. Fuck. Jetzt geht er zu nah hier dran. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Pfeile einfach loslassen kann. Okay. Ups. Ne, das wollte ich nicht. Ich habe ja so einen größeren Giftradius mit meinen Pfeilen jetzt hier. Ne, ne? We got company. We got company. Okay. Das war fast gut. Ich hätte nur gehofft, dass ich alle drei erwischen würde. Und ich hätte natürlich wieder das mit der mittleren Maustaste vergessen. Okay. Jawoll, wo ist denn die Granate hingeflogen? Wo hast du werfen gelernt? Wo hast du werfen gelernt? Okay. Mein Plan war die drei hier vorne mit dem Giftpfeil auszuschalten und dann ganz gechillt weiter vorzugehen und dann auch die drei da hinten mit dem Giftpfeil auszuschalten. Das war ein guter Plan, wie ich finde. Meine. Ja. Da kommt ein bisschen Holz nehmen wir trotzdem mit wieder her. Hier sind noch mehr Pfeile. Und wie kann ich jetzt eigentlich mitnehmen? So. 45. Und das hier. Hidden Walkie Talkies. Sechs Stück. Ja, die sind aber wirklich versteckt. Ich zweifle, dass ich die alle finden werde. Auf jeden Fall weiß ich noch nicht mal, ob die alle da irgendwo runterhängen oder vielleicht auch irgendwo liegen können. Das weiß ich. Irgendwie finde ich hier nichts mehr. Ein paar Pfeile noch. Nope. Keine Lust euch zuzuhören. Okay. Ich glaube, die konnte ich nicht retten. Si. Scheiße. Was ist da? Hey, hey, h 소개st. Die Basterde sind lebensleid. Die haben einige Trappen bestellt. Don't worry, I'll kill anything that moves. Just take it slow. Stay sharp. In die Richtung... ...wird ich wohl dann müssen. Bastards. Untimlich. Ich will alle letzte von ihnen töten. Easy, Sophia. So viel Blut. Ist das Jacob? Nein, ich glaub nicht. Vielleicht haben deine Leute genug gegründet. Das ist alles, was wir wussten. Ich habe dich verurteilt, Lara. Sag mir, wie kann ich dir helfen? Ich muss den Rest zur Sicherheit. Aber die Entrance des Katakombs ist blockiert. Ich will einen Weg finden, um es zu klären. Oh, wenn ich raten müsste, kriegen wir jetzt unsere Granatenpfeile. Also unsere Explosivpfeile. Ich weiß jetzt nicht, ob die Granatenteile heißen werden. Also... Die Wand muss ich einreißen. Just breathe. We'll get you safe. Just hold on. Just hold on. Just hold on. Just hold on. Ach, da komme ich so durch. Äh, wo muss ich jetzt hin? Okay. Ich dachte, ich muss vielleicht wieder zu... Sophia zurück. Meine Güte, ich sehe gar nichts hier gerade. Ah. Dieses Mural zeigt den Moment, dass sie den Valley gefunden haben. Es muss sich als ein Paradies haben. Gehen da oben, Leute? Nee. Das ist ein Feuer. Da ist es. Vielleicht kann ich es von hier ausbauen. Die Gatagons. Wir werden da sicher sein. Find a way... Hmm, eine Art Armourie. Hmm, das sollte es machen. Yes! So, was haben wir noch hier? Ein Relikt. Okay, also alles drin. So. Achso, ich hätte gedacht, dass ich hier mit dem Ding nochmal durchkomme. Oh, was? Achso, ich muss hier oben wieder raus. Okay, schön verschwendet. Ja, das war ich dafür. Aber vor allen Dingen halt Explosiv-Dinger. Dinger. Get clear of the door! Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. I know you seek the Divine Source. But my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. So, das war der Romier. Hm. No lead here to open camp. Of course, it's a riddle. But if I read this right, ... Oh, was können wir hier denn machen? Gehört uns. Ach ne Quatsch, das war hier tatsächlich auch der Welt. Ich wollte mal gucken, ob ich hier Your Huntress, ist das nicht neu? Ne. Hatte ich schon vorher. Na gut. Ach so. Und jetzt haben wir ja die Granatenpfeile. Das heißt, eine Menge alter Eingänge steht uns jetzt zur Verfügung. Oha. Zum Beispiel. Ups. Zum Beispiel haben wir hier ganz am Anfang. Aber hier ist eigentlich nichts mehr wirklich drin. Was war hier? Das ist alles leer gelootet. Wicked Vale. Wicked Vale. Ach so, das war der DLC. Ja. So, hier gehen uns noch drei Strongboxes. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Und da würde ich jetzt tatsächlich eher die Hauptstory noch weiterspielen wollen. Jetzt, bevor ich mich darum kümmere. Ah ne, von hier komme ich da hoch. Oho. 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 Achso. Achso. Kann ich nicht springen? Ja. Oho. 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 Okay, okay. Irgendwo hier noch, ne? Sehr schön. War das alles? Ich habe noch Schiss, aber ich bin halt nicht sicher, ob das so ein normales Hintergrundgeräusch ist. Jetzt ist hier. Lass mal hier fleißig looten. Oh, da hinten ist noch eine Strongbox. Ging jetzt aber schnell, dass ich das nächste Tool direkt gefunden habe. Oh. 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 Oh, den habe ich tatsächlich übersehen. Oh. 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 Oh, no! Der könnt ihr mal aufhören? Der ist mal übelst nervig. So. Man kann relativ wenig Shotgun-Munitionen mitnehmen anscheinend. Jaakob, es sieht aus wie wir die Oberfläche haben. ich habe da noch was zu lesen gesehen mein father is missing last night i told him of the invaders and the weapons they have at their disposal when the sun rose he was gone cereal told me he would be back but the day is almost done and no one has seen him i fear he may have done something rash the old fool we need him at this moment more than ever wollen wir mal so viel retten habe ich einen neuen skillpunkt noch mal ganz kurz zu checken jawohl nicht dass ich ihn dringend bräuchte oder so es geht um das prinzip medicine solz okay okay in der menge weapon parts aufgesammelt vielleicht können wir jetzt ja wieder was machen ach ja und wir können ja jetzt die nächste stufe hier bauen es wird ganz schön teuer alles aber was sonst ich finde der bogen sieht einfach bad ass aus den muss man einfach weiter upgraden ich sehe dich nicht wirklich da ich habe aber jemanden getroffen ich habe mich sicher ob der turfer ist nicht also die nahkämpfer gehen wir sofort down um sie hier nur einmal an pusten es ist unser erstes winter since the mongol invasion no more than one in three of us will survive we once had marble palaces heated by geothermal vents we had the wealth and luxury of an empire today we struggle to find enough heights to keep our children warm together enough roots and berries to feed ourselves if we are to survive another winter we will have to adapt if we do not then we will feed the soil and the animals will take back the valley it is up to us now only us die frage ist was die so weit zurückgeworfen hat waren das die mongolen die sie einmal hier komplett besiegt hatten denn ja habe ich das nicht wirklich hoch mitbekommen durch die story ja und das irgendwie finde ich die gift dinger am besten gegen die dudes habe ich schon hier ist noch was hier ist noch was ich habe überall volles inventar inventar die Schöne Arena-Fight hier. Irgendwo dahinten ist er noch.